Before the Thunder Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Omsi 2 nach, ja, einer guten Woche Pause Ähm, ja Wie war das? Das regelmäßigste LP der Welt? Unregelmäßigste LP? Ist egal! Herzlich willkommen zurück! Der, der, der Jerome, der hat ein Repaint für mich gemacht Und zwar für den Bremener Bus Wir fahren nämlich jetzt in Bre-e-e-men Was ist jetzt kaputt gegangen? Was bimmelte mich hier an? Achso, mein E-Mail bimmelte mich an Ähm, ist jetzt ernsthaft? Warum geht immer der Akku leer, wenn ich anfange? Immer zum Kotzen Scheiße hier, ey Äh So Ähm, hat ein, der Jerome hat ein Repaint gemacht Äh, für Bremen, wir fahren jetzt in Bremen Äh, ich wollte eigentlich mit Luzern anfangen Aber die Publisher haben immer noch gesagt Nee, geben wir den nicht Und ich sehe es nicht ein, für das, äh 25 Euro auszugeben Äh, momentan kann ich Luzern auch nicht empfehlen Äh, ich hab's mir noch nicht angeguckt Aber das, was ich gehört habe, soll es wohl nicht gut sein Für die 25 Euro, deswegen bleibt erstmal weg davon Ich muss es mir selber angucken Äh, bei GameStrand gibt es das nur überhaupt nicht Ähm, und bei Bremen habe ich auch noch ein paar Dispute mit dem Spiel Die ich jetzt gleich näher erläutern werde Es ist mir nämlich ziemlich auf den Piss gegangen, Bremen Ähm, hat man im Live-Stream schon ein bisschen mehr bekommen Wir fahren, wir gucken uns den Karren jetzt gleich während der Fahrt ein bisschen an Hier mal so gerade der Rundumblick Ähm, ich schmeiß ihn mal an, weil wir haben in 239 Minuten Abfahrt Und mal gucken, ob ich das bis dahin überhaupt schaffe Äh So Schnauze Lese übrigens im Hintergrund Ich dachte, sie würde es schaffen, die Fresse zu halten Äh, so, Storno Marita Ich brauche den Storno-Schlüssel Hashtag Edeka Äh Hattest du das noch nie? Weißt du, da ist die mit ihren extra langen Fingernägeln pips die zweimal was in die Kasse ein Marita Okay Äh, ich glaube, du warst auch noch nie in den Edeka, könnte das sein So Äh, sehr gut Das heißt, das haben wir Äh, wir fahren die Linie 76 Aber im Jahre 2011 Äh, ich möchte dazu sagen, hier steht jetzt Für diesen Linien, wir fahren hier einmal komplett durch die gesamte Karte Ähm, steht hier 2009 Die Linie 75 gibt es aber erst ab 2010 Und auch da taucht sie in Omsi nicht auf Deswegen, es ist zum Kotzen Ähm Es ist, es ist, es ist super nervig Ich weiß auch nicht, warum das nicht, nicht geklappt hat Aber Habe ich gerade eben eine Stunde drüber verzweifelt So, da draus Bremse treten Ich sag Bremse treten Jetzt Irgendwie klingt der Bus momentan komisch Und meine Einstellungen funktionieren nicht Okay Äh Keine Ahnung, was da schief gegangen ist, aber passt schon Wird schon im Chaos enden, ne? Die funktionieren, okay, komisch Das ist komisch So, dann fahren wir mal einmal um das Betriebsgelände hier rum Und dann fahren wir den Kollegen mal nicht hin Ja, okay, jetzt habe ich es auch verstanden Äh Die hat mir gerade ein Bild reingehalten Voll unlustig So Äh, jetzt muss ich mal Soll ich mal, soll ich mal gerade nachgucken, warum, warum das hier wieder kaputt ist Kannst mal aufhören So, irgendwie, irgendwie ist nämlich gerade Meine, meine, meine Tasten hier funktionieren Über Haupt nicht Hat die Fresse verpiss dich Äh, Sekunde Ist es hier ernsthaft rausgeflogen Warum? Neuen Befehl zuweisen Nach da Äh Wie war das nochmal? Das hier war, glaube ich Das war das Und das hier war das So müsste es gewesen sein Name OMSI Wie der Engländer sagen würde Und jetzt funktioniert es wieder Sehr schön Ähm, wie gesagt, wir fahren hier erst irgendwie um 18 Uhr weg Äh, was haben wir? 18 Uhr 5 Das heißt, wir machen hier mal 18.00 Das sollte ich in 5 Minuten eigentlich schaffen Ja, ich möchte die Zeit soweit vorstellen Alter Es ist total dunkel geworden Why is it so dark? Light Äh More light Lots of light Ich wollte gar nicht im Dunkeln fahren Warum ist es denn im November um 18.00 Uhr dunkel? Ne, ich will nicht im Dunkeln fahren Ist doch scheiße Jetzt habe ich alles vorbereitet hier So eine dumme Kacke So, hier 5.30 Bam, ist fertig Äh, dann gehen wir schon mal kurz und rute ein Umlauf Äh 5.30 5.30 5.30 4 Das ist richtig Ermlandstraße Fahrtende, bitte aussteigen Terminus, please leave the bus here Das Team der PSAG wünscht Ihnen noch einen schönen Tag Erste Halt Erste Halt Emslandstraße Bitte alle aussteigen Das macht ja auch Sinn Das Geräusch ist cool Nein Nein Ich sehe nichts Egal So Ja, genau Komm Omsi Jetzt häng dich noch auf Dann echt Schmeiß ich die CD aus dem Fenster Dann kaufe ich mir eine CD von Omsi 2 Um sie hier aus dem Fenster zu schmeißen Moin Mahlzeit Tag Tag Danke Hallo Ah, ist das kalt hier Moin Moin Eine Zeit Danke So, der Bus hat jetzt automatisch die perfekten Türen genommen Die Türen, die ich so gerne mag Diese, diese Seitenstiebtüren Äh 35 In einer Minute geht es hier los Was ist denn da los? Okay Ich habe etwas gesehen, was gar nicht da ist Das kommt vielleicht von den Drogen So, wenn keiner mehr rein will, ne Dann bin ich mal weg hier Altuers, meine Damen und Herren Am Knick Und dann gucken wir mal, dass wir hier einmal durch komplett drinnen durchkommen Weil das hier soll die längste Linie möglich sein Nein, nicht die 75 Aber die kann man ja nicht fahren Aus irgendeinem Gottver... Grund So Und rum hier Upsala Ey, was macht der denn? Was macht der Karren denn da für ein Schlenker? Was macht der Karren denn da für ein Schlenker? Jetzt sind schon zwei Kranken... Was ist die? Meinst du einfach Krankenwagen? Krankenbägen? Auf jeden Fall sind es jetzt schon zwei Krankenbägen So Äh Nehmen wir mal wieder aus hier Heitlärchenstraße Heitlärchenstraße Muss ja hier irgendwo um die Ecke sein Wenn ich mal hier drauf gucke Muss das irgendwo rechts um die Ecke sein Ich hab ja den Linienfahrplan gerade mal offen Ich hab mich ja mal vorbereitet Nach tausend Folgen Ich brauch mal hier so einen Rückspiegel, ey Fuck Ah, du bist ja ein Deppen Ach, Kollege Bist du ein Kollegen Arschloch Du Wichser Ist der ein Arschdrix Und jetzt will meiner nicht rückwärts fahren, oder was? Ätze Toll! Und jetzt knallt er mir rein Eine super Sache Toll Jetzt halt die Schnauze Mann! Kollegen Arsch Alter Bis der die Optionen geladen hat Kann Lilly ja den Rechner auseinanderbauen Und die Informationen für die Optionen Von der Festplatte mit so einer Mit so einer Nadel rauspiksen, oder so Meine Fresse Warum brauchst du so lange? Ich muss irgendwas abwerfen Wo ist die Horse-CD? Ich hab hier immer noch Horsies Secrets of the Ranch Uh, ist halt ihr will getan Sehr schön Alles gut? Richtig, gleich los Jetzt Drück, okay, du Machst du mir einen Räubusch-Tee? Ich brauch was zum Ausgleich Echt Ja, meine Damen und Herren Herzlich willkommen Aha 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 So, das ist jetzt nur, damit ich hier weiterkomme Und jetzt können wir die Runde nämlich nochmal machen Weil ich die scheiß Kollision wieder anmachen muss So, jetzt Ja, dann steigt halt aus So, ich hab jetzt mal das Ganze geladen Und Gejammer von mir übersprungen Wahlzeit Moin Eine Kinderkarte Danke Gerne So Wie gesagt, ich hab das Ganze übersprungen Weil das hat irgendwie echt ewig gedauert Und so Und Das war voll Kacke Und so Und so Und Alter, es ist laut Meine Fresse So Rönebäcker Hain Keine Ahnung, wo das ist Äh, Türen auf Moin Guten Tag Hallo Guten Moin 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 Eine Kurzstrecke Mahlzeit Danke Wer sagt denn heutzutage noch Mahlzeit? Danke Na ja Was sind denn noch offen? Ohin Yo Na, guten Tag So, sehr gut Da hätten wir die Station ja auch später Wo sind wir denn jetzt? Ich hab keine Ahnung Na gucken Bahnhof Turnerstraße Ja, das ist richtig Fah Meine Fresse Da schleicht der hier um die Ecke Gibt's ja nicht So, da ist der Bahnhof Da ist wieder einer dieser Krankenwägen Ja, komm, ein bisschen zügig Moin Moin Ja, moin Ach du Scheiße Was für Alter, alter, alter Bisschen vorsichtiger, ja Ja, ja, ja Auch so Wer baut denn da einen Gartenzaun so eng an die Straße Wenn hier eine Buslinie ist Mann Kranzerstraße Kranzerstraße So, sehr schön Kette, Kette, Kette So, sehr schön Ja, schnauze mit deiner scheiß Karte Ja, wie gesagt Hier, der Bus Es ist übrigens ein 10G Compressed Natural Gas Also ein Erdgasbus Ähm Ja, jetzt haben wir uns den gar nicht Jetzt haben wir den schon wieder gar nicht angeguckt Wir gucken uns den noch ein klein bisschen an Weil ich mich die Folge hier eigentlich beenden Im Gewerbepark West Ja, ja Ich sollte so ein Schild wirklich machen lassen Das ist die Siedlung im Gewerbepark West Ähm Ja Das hier ist übrigens ganz wichtig Das gilt an alle Mit Fahrteilnehmer am Straßenverkehr Und Manfred sind nicht erlaubt, ne Deswegen Manfred Manfred Ähm Ja Meine Damen und Herren Vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns in der nächsten Folge Um 2 Mit Brayman Und ich hoffe, dass es ab sofort wieder regelmäßig wird Ich hoffe es Ich wünsche noch Einen Schönen Tag Bis dann Tschüss